Yo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zu einer weiteren Runde von FNAF 2. Am heutigen Tag wollen wir endlich Nacht 2 schaffen. Wie lang brauchen wir? Wie viele Aufnahmen brauchen wir, um es zu schaffen? Ich würde sagen, heute werden wir es mal wieder versuchen. Und schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und es gab einen Tipp bei Foxy. Wenn er es ist, dann soll ich ihn einfach anleuchten und irgendwann einfach nicht mehr. Aber wenn er weg ist, ist dann nicht schlimm, oder? Und ich glaube, da stand auch, ich soll keine Angst haben, wenn die Taschenlampe nicht funktioniert. Naja, ich würde sagen, wir versuchen die Tipps umzusetzen. Und wie gesagt, lasst ein Like dafür mehr und abonniert diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Let's go! So, wir sind in unserem dummen Büro und muten den Anruf. Hier sind die dummen, keine Ahnung, wie ich sie nennen will, ich sag mal wieder Affen. Hier können wir wieder drehen. Also alles ist im grünen Bereich. Dem Balloon Boy geht's auch gut. Allen geht's gut. Und ich versuche, ein bisschen Licht zu sparen. Mit meiner Taschenlampe. Alles beim Alten. Wann gab's eigentlich letztes Mal ein Update dafür? Ich glaube, dafür gibt es keine Updates mehr. Naja. Wird überhaupt noch irgendwann mal ein neuer Teil rauskommen? Schreibt's in die Kommentare, ob ihr mehr wisst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schon... Äh... Ich glaube, die haben aufgehört. Obwohl, ich weiß ja nicht. Wann kam eigentlich Teil 4 raus? Ich glaube, das war schon 5 Jahre her, oder? Keine Ahnung. Sind das 3? Ja. Äh... Wo ist... Ähm... Mangel? Wo ist Mangel eigentlich immer? Hä? Da ist Mangel. Wenn wir von ihm reden. Der Balloon Boy ist weg. Aber die sind doch alle da. Was macht Mangel? Oh oh. Wir versuchen mal, den Balloon Boy zu finden. Der ist am meisten immer in den Luftschächten, oder? Na ja. Hä? Ich glaube, einer ist geflohen. Hä? Nee. Niemand. Außer vielleicht der Balloon Boy. Der ist irgendwo anders. Och nee, ich mag ihn gar nicht. Hä? Okay. Einer ist weg. Oh Gott. Aber erst mal drehen. So. Camp 3. Oh oh. Oh oh. Hä? Der Balloon Boy ist irgendwo. Ich höre den Luftschacht. Ich glaube, das ist der Balloon Boy. Ja, das ist der doch. Da ist der. Camp 5. Was macht der hier? Lol. Noch ein Eis weg. Okay. Langsam kriege ich Panik. Langsam kriege ich Panik. Hi. Oh Gott. Der ist weg. Heißt das, der ist bei mir? Da ist Freddy, oder? Nee, Freddy ist doch hier. Wow. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Meine Taschenlampe ist weg. Da ist der Balloon Boy. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht. Zieh einfach mal Maske auf. Oh oh. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh oh. Save irgendwas im Luftschacht. Oh Gott, aber wenn dann im rechten, weil im linken ist der Balloon Boy Oh, oh, ich hör den Wow Also was soll ich da denn machen? Ich kann nicht sehen, wer da ist Ich wusste nur, dass Freddy nicht da ist Aber im Luftschacht Hä? Der Balloon Boy macht's doch nicht, ne? Der klaut doch nur Batterien, oder? Das weiß ich jetzt nicht Ich würd sagen, wir sehen uns in der letzten Runde Naja, wir versuchen wirklich Irgendwie zu überleben, aber ich weiß nicht wie Los geht's Wir brauchen irgendeine gute Taktik Mann Ich weiß ja nicht, irgendwann passiert alles auf einmal Boah Ich bleib einfach nur noch hier Na, obwohl die verschwinden So oder so, oder? Ja Mann, immer kommen die so um 2, 3 Uhr Ja Jetzt haben wir 12 Uhr Naja Ich muss irgendwie Die Wartezeit Äh, nicht verkürzen, sondern verlängern Bis ich verreck Naja Aber es ist wirklich schwer Ich weiß nicht, wie man nach 2 überlebt Wie überlebe ich gegen die Ratten? Hashtag Ratten Äh Hashtag Ratten Freddy's oder so In die Kommentare Ach Mann, ey Wie soll ich das denn überleben? Ich Immer kommt ein Jumpscare Das nervt So Wir schauen uns hier mal ein bisschen um Das sind die dummen Luftschächte Wir haben hier einen Ventilator Und Das ist so ein Gang da, ne? Ja, das ist so ein ewiger Gang Naja Wir drehen mal wieder Weil wir auch die Musik feiern Oh nein Schon? Ah ne, das ist nur Mangel Mangel Äh Was macht der denn hier? Der Balloonboy ist weg, aber dafür übernimmt Mangel Das ist doch nett Oh nein Jetzt ist wirklich einer weg Alarmstufe Rot Ach, seht ihr? Es passiert alles auf einmal Alles Oh Gott Ne, ich dachte schon Ich dachte schon Noch einer ist weg Aber wo chillt mal wieder der dumme Balloonboy? Keine Ahnung, Alter Hä? Nein Ach, der ist da schon wieder Oh, der ist weg Ist er bei mir? Was passiert, wenn ich ihn erwische? Da ist der Macht der auch einen Jumpscare? Ich hoffe es nicht Alter Okay, wir drehen mal wieder Hä? Junge Was macht der? Mein Licht Oh oh Ja, ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Och ne Der arbeitet mit denen zusammen, Alter Der arbeitet einfach nur mit denen zusammen Junge, hör auf zu lachen Der lacht mich aus Junge Ist das ein Bug oder macht der es extra so? Oh 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 Ich hab Schiss Nein Oh oh wow Alter Naja Leute Das war mal wieder eine dumme Runde Hashtag dumme Runde In die Kommentare Spaß Lasst auf Damit würde ich sagen Das war es mit einer weiteren Runde von FNAF 2 Sag mir mal Bescheid Wie man den Balloonboy austrickst Lasst ein Like Wenn ihr mehr sehen wollt Abonniert diesen Kanal Um kein neues Video zu verpassen Checkt gern meinen Zweitkanal aus Link ist in der Beschreibung Folgt mir auf Insta und Twitter Alles in der Beschreibung verlinkt Und dann würde ich sagen Leute Habt noch einen schönen Tag Und ciao